Hallo, mein Name ist Franz Ahlisch, ich bin Medical Advisor in der Onkologie und ja, als Medical Advisor bin ich zuständig für alles, was quasi an Studiendaten für unsere Produkte verfügbar ist. Ich bin derjenige, der sozusagen Studiendaten zusammenfasst, dem Außendienst erklärt, intern anderen Abteilungen erklärt und ja, bin in einer recht abwechslungsreichen Position, wo quasi jeden Tag etwas anderes passiert, um die zwei Produkte, die ich momentan betreue, in der akuten myeloischen Leukämie.